Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testbericht von einmaledia.de. Wir haben heute für euch den aktuellen Bauhausen-Wilkins Zeppelin Wireless. Wir machen es heute mal einmal umgedreht, das Fazit zum Anfang und alles weitere zum Schluss. Eventuell, wir haben gesehen, ihr skippt oft einen Schluss, um zu sehen, was ist die Quintessenz aus diesem Testbericht, deswegen jetzt direkt vorab. Und wer sich detaillierter für das Produkt interessiert, schaut einfach weiter. Also, der Zeppelin Wireless-Vorgänger war der Zeppelin Air. War erst nur für Apple-Generationen, da er nur AirPlayer unterstützte und kein Bluetooth oder sonstige weitere Übertragungsmöglichkeiten. Dieser besitzt jetzt zusätzlich zu Apple AirPlay auch Bluetooth-Übertragung, auch den hochwertigen aptX-Kodak. Somit also erschließt sich mittlerweile das Produkt für Android, PC etc. für alle Generationen, nicht nur für Apple-User. Daneben her überträgt er natürlich nach dem SPC-Standard, also nach der komprimierten Variante über Bluetooth, wenn aptX verlustfrei ist. Und dann haben wir noch AAC-Kodierung bzw. Codec, der für Apple auch nochmal zusätzlich ist, also Apple hochwertige Bluetooth-Übertragung. Aber wie gesagt, für alle zugänglich und Spotify Connect ist noch mit an Bord. Damit ist das Gerät perfekt gerüstet. Ein perfekter All-in-One-Lautsprecher. Also er konnte uns im Test bravouris überzeugen. Einmal dieses elegante und zeitlose Design. Dann hat Bowers & Wilkins noch die Chassis komplett überarbeitet. Wir haben größeren Subwoofer. Wir haben Technologie aus der CM-Serie von Bowers & Wilkins und Technologie aus der 800er-Serie. Also wirklich die High-End-Serien von Bowers & Wilkins. Die Technologie hier verbaut in dem kleinen Gerät. 700 Euro. Echt ein sehr guter Preis. Sound hat uns auch überzeugt. Also auch selbst, wenn ihr das Ding voll aufdreht, den Anschlag voll nach rechts. Der Klang ist immer harmonisch, sehr gut abgestimmt. Klasse Gerät. Also wenn ihr wirklich auf der Suche seid nach einer Design-Ikone, nach einem schönen Element für euer Wohnzimmer zum Integrieren, was auch nicht so technisch aussieht, was wirklich wie so eine Skulptur aussieht, seid ihr hiermit genau richtig. Kaufen könnt ihr den. Direkt unten haben wir Amazon-Link eingebunden. Da findet ihr den Lautsprecher oder sonst auch im Apple Store erhältlich etc. Aber wirklich ein schönes Gerät. So, das war es jetzt für den Kurzeinstieg. Jetzt nochmal detailliert. Vielleicht wiederhole ich da auch noch ein paar Sachen. Aber erstmal, ich drehe ihn ja nochmal einmal in der Kamera umher, damit ihr es auch seht. Und gehe zunächst einmal auf die Generation ein. Also insgesamt gibt es, oder ist es die dritte Generation des Zeppelin. Vorher gab es Zeppelin Version 1 war für Apple mit dem 30-Pin-Anschluss und Version 2 mit dem Lightning-Anschluss. Ich werde hier auch nochmal zwei Bilder posten, damit ihr es seht. Der Ur-Zeppelin hatte hier halt noch diesen Vorsprung. Also hatte hier einmal so eine silberne Metallspange und hier unten aus dem Fuß kam halt nochmal so ein Dock hervor, wo man dann sein iPhone andocken konnte. Wie gesagt, hatte er auch nur als drahtlose Übertragungsmöglichkeit Apple Airplay. Das ging natürlich auch am PC, wenn man jetzt aus iTunes gestreamt hat. Aber dann war auch Schluss. Ansonsten von Apple-Geräten, natürlich von allen Geräten. Der Vorteil war hier, dass es wirklich erstens verlustfrei war, also wirklich sehr gute Klangübertragung und dass wir halt auch keinen großen Versatz hatten. Genau. Das dazu. Wie ihr schon eventuell gesehen habt oder mit den Bildern vergleicht, der ist noch ein Ticken eleganter, noch hübscher, formschöner geworden. Auf der Rückseite fehlen auch die beiden Bassreflexöffnungen. Die sind auch verschwunden. Das Gehäuse wurde insgesamt deutlich verstärkt. Ich muss kurz einmal auf meinen Spickzettel gucken. Um 50 Prozent verstärkt. Also hier seht ihr nicht. Also die Front wurde massiv verstärkt, um eben Gehäusevibrationen zu minimieren. Und das merkt man auch beim Abspielen. Also wenn ich den jetzt wirklich voll aufdrehe und der 15 Zentimeter Bass richtig wummert, das Gerät in sich vibriert nicht großartig. Aber es ist auch so konzipiert, die leichten Vibrationen, die es vielleicht noch hat, überträgt es nicht auf die Möbelstücke. Also ihr habt nicht, dass die ganze Wohnung jetzt vibriert und die Gläser in der Vitrine. Nein, es ist wirklich so. Es vibriert nicht. Es ist super konzipiert. Anfangs auch schon gesagt, neben dem leichten Designanpassung, also hier auf der Rückseite, finden wir zudem noch Schnellbedientasten, also Play, Pause und Minus und Plus, hat sich vor allen Dingen unter dem was getan. Am Verstärker jetzt nicht ganz so viel. Wir haben zweimal 25 Watt Hochtöner, zweimal 25 Watt Mitteltöner und einmal 50 Watt Zappufer, aber die Chassis haben sich komplett verändert. Also wir haben hier einmal einen neuen größeren Tieftöner, jetzt 15 cm, also 155 mm Durchmesser, mit einer besonders langen Schwingspule. Das sorgt insgesamt bei hohen Pegeln auch für verzerrungsfreien Sound, den wir auch so erlebt haben. Also oft hat man es ja so, wenn es dann sehr hoch geht, dass der Bass irgendwie so einfach nur noch so diffus daherkommt, aber es ist wirklich sehr gut ausgeführt. Dann haben wir hier neben angeordnet zwei Mitteltöner mit einer Größe von 90 mm, also 9 cm. Das sind FST-Mitteltöner, muss ich leider auch ein bisschen technische Daten aus ablesen. Diese sind eben an die Baus und Wilkins 800er Diamond Serie angelehnt und mit einer FST-Technologie. Da kann ich im Detail jetzt leider nicht so viel zu sagen. Da stecke ich nicht so sehr in der Technik drin. Ich möchte es nur der Vollständigkeit halber hier sagen. Und dann haben wir, wie gesagt, noch zwei neue Hochtöner mit doppellagiger Aluminiumkalotte. Das sorgt für eine Gewichtsreduzierung und für eine erhöhte Steifigkeit und damit einer präziseren Hochtonwiedergabe. Also ich habe den Vorgänger gehabt und muss wirklich sagen, es klingt noch detailgetreuer. Es ist wirklich sehr klar, der Sound, auch wenn man es hoch aufdreht. Es ist, wie möchte man sagen, wie so ein vollmundiger Wein. So klingt das einfach. Es ist eine rundum gelungene Sache. Also da hat bei Außen und Wilkins wirklich sehr viel nachgearbeitet und nicht nur einfach ein leichtes Soft-Upgrade rausgebracht, so wie damals vom ersten zur zweiten Generation war es mehr oder weniger. Der Dock-Anschluss hatte sich geändert. Hier ist wirklich, ja, der Lautsprecher kitzelt wirklich alle Finessen aus den Songs heraus und macht einfach das Beste daraus. Der Frequenzgang übrigens von 44 Hz, was wirklich sehr tief runter geht, bis maximal 28 kHz, was keiner von uns mehr hören wird. Aber gut, sei es drum. Signalprozessierung, also der Digital-Analog-Konverter, weil Ton ist halt nun mal analog und was reinkommt, ist digital, wird mit einer doppelt so hohen Abtastung gefahren. Also ihr habt ja so ein digitales, also normal habt ihr ja, es ist eine Schwingung, die durchgeht, die rund ist und wenn ihr es digitalisiert, macht ihr halt so ganz kleine Ecken daraus und ja, tastet damit das Signal ab. Und hier haben wir eine doppelte Abtastung, was auch noch zu einer Klangverbesserung beitragen soll. Genau, das soweit zu den Details. Bluetooth hatte ich ja anfangs schon angesprochen. Haben wir hier an der Seite so eine Touch-Taste, wenn wir die länger drücken, dann kommen wir in den Pairing-Modus. Ansonsten seid ihr halt einfach verbunden mit dem Gerät. Überträgt aptX, ist ja für Android-Leute interessant, da das iPhone ist nicht unterstützt. Aber die neuen Mac-Geräte unterstützen es sehr wohl. Ansonsten AAC ist ein Audio-Format eigentlich und ja, wenn ihr in iTunes Lieder runterladet oder auf dem iPhone, dann sind diese halt im AAC-Format und wenn ihr denn Bluetooth übertragt, dann habt ihr da auch eine höhere Qualität. Ansonsten über den ganz normalen SPC-Standard. Denn hier an der Seite ist auch noch eine AUX-Taste. Mit der AUX-Taste aktiviert hier hinten den Klinkeneingang. Also es ist eine ganz normale 3,5 mm Klinke, an die ihr ganz normal auch einen externen Zuspieler anschließen könnt. Weiterhin befindet sich auf der Rückseite noch ein LAN-Port, über den ihr den Zeppelin Wireless in euer Netzwerk einbinden könnt. Alternativ auch über WLAN. Das funktioniert im Prinzip auch ganz einfach über für iPhone, über eine App. Geht ihr in die App rein und wählt euer WLAN aus und da das Passwort auf dem iPhone schon gespeichert ist, überträgt das einfach an den Lautsprecher und schon ist das WLAN eingerichtet. Für PC und Mac gibt es auch noch eine App, über die ihr sie einrichten könnt oder ganz klassisch alternativ über den Browser, über die IP-Adresseingabe und dann tippt ihr da eure Daten ein. Die App wurde auch noch ein bisschen verbessert, also da habt ihr jetzt die Möglichkeit auch noch der Audio-Steuerung, Musik-Steuerung. Braucht man nicht wirklich. Also zur Einrichtung ist die App gut. Alles weitere kann man auf die App gut und gerne verzichten. So, jetzt schaue ich mir noch auf meinen Spickzettel, ob ich irgendwas vergessen habe. Gerne könnt ihr natürlich auch unten in den Kommentaren Fragen stellen, die ihr noch zum Lautsprecher habt. Gerne beantworte ich die auch noch im Nachgang. Ansonsten denke ich, habe ich recht viel gesagt. Klanglich, wie gesagt, finde ich ihn absolut großartig gelungen. Vielleicht eine Sache noch im Vergleich zu den Vorgängern. Da gab es immer so eine kleine runde eierförmige Fernbedienung dazu. Die ist jetzt nicht mehr im Lieferumfang enthalten. Muss persönlich aber sagen, habe ich auch nie genutzt, weil die Lautstärke oder Playpause kann ich halt auch über mein iPhone direkt steuern, wo ich es wiedergebe. Also dazu brauche ich die Fernbedienung im Prinzip nicht. Ja, zusammenfassend, wie gesagt, noch mal gesagt, bester All-in-One-Lautsprecher, den ich bisher kenne. der Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless. Also klanglich sehr gut vom Design. Ihr seht selber, es ist wunderschön geworden. Ja, wie gesagt, unten findet ihr einmal den Link zu Amazon. Da könnt ihr das Gerät kaufen. Wenn ihr es gekauft habt und euch es ebenfalls gefällt oder vielleicht noch nicht gefällt, würde ich mich auch über Kommentare freuen, um da halt auch drauf eingehen zu können beziehungsweise mich interessiert natürlich da auch immer eure Meinung. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch einen Daumen hoch, gerne auch ein Abo dalassen für uns und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye.